Behaupte ich mal. Weil das war jetzt schon ordentlich schnell, muss ich sagen. Also, oh yes. Okay, was ich nicht mehr mache, ist, ich werde nicht mehr diese komische Reisschüssel mitnehmen. Welche Reisschüssel? Ah ja, das, was am Tisch ist, wenn du aufwachst. Ah, lass das liegen. Ja, ja. Ich drehe dich mal so jetzt. Ah, Lead Time. 13.37, Beste. Wollt schon wieder abgeruscht. Echt? Warum kackt es bei dir so ab? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Who killed me at Jumptown? Ich nicht. Oh, es ruckelt doch ein bisschen, ne? So, dann machen wir Freviziener Re-Launch. Oh, cool. Gleich liegt es aber an Area 80. Ich weiß nicht. Das könnte auch sein. Port-Olysar ist dort. Exhibition. Retrieve. Ist ein Port-Olysar raus? Ich bin in Port-Olysar. Dort bin ich gespawnt. Your ship has been delivered to the following landing pad. Ja, ich probiere mal irgendwie mit dem Planeten runter zu. Alter, zehn. Könnte er dich auch abholen, warte mal. Mal zehn. Und das kannst du nämlich in meinem Schiff spawnen. Zur Not. Wäre jetzt so meine Idee. Ja, du stehst deinen Hangar an, ich steige dann ein und dann fliegen wir weg. Ja. Wollte ich ja eigentlich die Pachengu-Mission heute machen wollen. Ja, wir können ja hier auf Hirsten... Auf Hirsten gibt es auch eine Mission. Ja, können wir auch mal. Die muss ich aber erst selber nochmal suchen. Jetzt will ich schon die Constellation abheben. Jetzt haben wir sie nämlich wieder. Ich bin echt mal auf die Carrack gespannt. Ich bin so mega heiß drauf. Auf das Ding. Vielleicht liegt es ja einfach am Server. Dass wir jetzt auch im EU-Server sehen wollen. Ja, das stimmt. Das könnte natürlich alles sein. Ich weiß auch nicht, warum die das Balancing nicht so hinkriegen. Guck mal, es sind maximal 50 Spieler drauf. 50, das ist nicht viel. So, jetzt schaffe ich es wahrscheinlich bis zur Bahn. Dann schaff ich es wieder ab. Willkommen zu Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Standort 4 Shields. Shields max. Shields power is low. Shields power is low. Head. Ich habe mal von irgendeinem Streamer gehört, am besten immer dorthin joinen, wo die Leute am Pennen sind. Ja gut, das macht Sinn, aber du weißt ja nie, was das machen halt die anderen dann genauso. Richtig, das ist... Kann vorteilhaft sein, aber auch nicht. Also ich habe es jetzt geschafft an die... Möchten Sie die Einrast-Funktion aktivieren? Nein. Ah, so. Mobiglas. Map. Dass Sie das in Windows immer noch nicht abgestellt haben, das ist zum Totlachen. Das musst du von Hand machen. Wo bist du? Wer Endle kommt in einer Minute dreiß... Ah, da bist du hier in... Wie heißt das Ding? In zwei Minuten. Quantum Beacon? Nee. Wer ist dieser Planet? Ich bin auf... Ich bin auf Ding. Akron. Akron, genau. Take off. Kippsicht. Spooling. Ah, schon wieder abgestimmt. Ich komme jetzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt. Ich wollte gerade sagen, ich habe vergessen, mein Fahrwerk einzufahren. Hast du irgendwas in den Settings verstellt? Nee, ne? Ich habe die User... User-Configuration gelöscht. Ich musste alles neu einstellen. Hm. Nur, wenn das Ding es nicht zu arabisch ist, dann muss ich es direkt nicht auszufahren. Wie mal noch am afrikanisch zu erworben sind. Ja. Weil Best ist anscheinend auch in der Best. Ja, ja, ja. Alles möglich. Ja. Ich fall gerade durch die Mim durch. Jawohl. Also lockte ich mal aus dem Spiel raus. Ha! Jetzt ist es wieder gekrascht. Ich muss jetzt mal irgendwo landen. Problem ist, ich reise gerade. Kann ich abbrechen? Nee. Doch, du kannst ja aus dem Spiel raus. Ja, aus dem Spiel. Hast du nicht geschmiert. Wie denn? Ah ja. Wo bin ich denn jetzt? Wo? Bin ich denn? Ja, komm. So. Alte vier. Traurig. So, ich schmeiß dich mal raus. Da hatte ich wieder ein. Ja, ja, ich connecte noch. Der lädt gerade. Jo. So, jetzt kannst du. Ob dich weist. Ich hab's noch mal neu. Kam nicht an. Kam nicht an. Ja, ja. Das kam gerade nicht an. Ah. 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 Ich hab auch witzigerweise festgestellt. Ich konnte ja. Ich hatte teilweise Spiele gehabt. Die konnte ich einfach nicht streamen. Dann hab ich gelesen. Du musst das. Der Streamlabs muss auf C installiert sein. Im Programme-Files oder damit es geht. So ein Quatsch, ey. Dann geht's aber auch. Okay, ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich kenn mich mit, äh, streamen überhaupt nicht aus. Das ist nicht mein Gebiet. Start mal. So, und wer hast du? Stand. So, und dann geh mal auf. U. S. A. Machst du? Jupp, Leute. Ne, ich komm nicht drauf, ey. Usa. Als wärst du gar nicht da, ey. Das ist der Hammer. Kennst du? Ne, dann geh ich jetzt einfach aus dem Spielen nochmal raus. Ich bin doch gar nicht Teil deiner Party. Ja, ja, dann lädst du mich einfach mal ein. Fertig. Ja, dann sagst du Bescheid, wenn du da drinne bist. Ja, das ist halt Alpha, ne? Muss man, muss man traurigerweise mal zugeben. Will ich schon besser? Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt hat er gerade gar nichts geladen. Das Bild war einfach klar und fertig. Du bist im Hauptmenü? Ne, ne, ich bin Air Raid. Ich bin jetzt gerade ins Spiel. So, was machen wir ab. So. Equipment, Comlinx. Lupus. Welker. Jetzt wird es nicht. Guck mal, ich will mal wissen, ob ich dich mal inweiten kann, ob du dann eine Mitteilung bekommst. Jetzt wird es schon raus. Schneller. Schneller sein. So, jetzt laufe ich mal. Ja. Okay. Dann werde ich das Spiel jetzt mal noch regulär beenden. Ich empfehle dir dasselbe zu tun. Ja. Weil irgendwie hängt der irgendwie. Warum auch immer. So, Launch. Launch Game. Hat es bei euch gestern auch so gepisst das Wochenende über? Hm, relativ. War mal kurz ziemlich stark, aber... 2000. Wann war es? 2016. Das war am extremsten. So, ich bin wieder im Hauptmenü. Ne, ist noch nicht ganz. Er lädt noch. Ja. Jetzt bin ich im Hauptmenü. So. Jetzt laden wir ihn mal. Hauptschneuer Kontakt ist. Invite. Ich habe eingeladen. Hörst du mich? Ja, ja. Achso. Dreh es mal um. Weil er hat mich mal ein. Geht gar nichts mehr. Kriegst du auch kein Ding rein? Ne, ich inwalte dich die ganze Zeit zur Party. Ja, super. Ich jörne jetzt mal irgendwo rein, weil er erstmal mein Schiff retten will. Kann ich dich ingame in eine Party einladen? Ich glaube ja. Warte mal. Aber ich lade noch. Ich meine, es gibt die Möglichkeit. Ansonsten muss ich halt doch wieder Hunter spielen. Ah, ich bin sogar Porto Leaser. Hat sich mein Schiff wieder weg? Das ist doch kacke. Contract available. Will ich nicht. Okay. Okay. Bist du da? Ah ja. Jetzt hat es funktioniert? Ja. You have joined. Party. Party. In-game hat es geklappt. Also. Join friends, aber du hast zu Regionen eine andere ausgebildet. Ich glaube, es steht auf USA. Okay, Chuck, man. 35. 50. Das ist das Beste. Das heißt, es ist schön leer. Ah. Toll. Claim. Wo ich überhaupt rauskomme. D09. Das ist mein Schiff. Area 18. Ja, ich komme. Da komme ich aber komplett. Ja. Ja, ich komme. Ja, ich kann das. Na be suicidal. Ich bin erstmal gespannt, wo man die Anvil Carrague hier parken kann, ey. Obwohl, ich bin durch. Ein paar still durch. Ich bin das komplett gefreezed. Haha, sauber. Ich zieh's. 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 War N, ne? Fiskieren. Ja. Was? Wie bitte? And now the long haul back to good old PO. Aber ist meine Power so niedrig, sag mal? Egal. Ich denke gerade, dass du mit dem Mausrad in Tempomat einstellen musst. Ich bin je laut. In den Crusader ist das noch? A-Corp, ne? Ich seh dich gar nicht. Ja, ich chine jetzt auch gerade, dass wir dann spüren. Ah. Okay, dann fliege ich trotzdem mal da rüber. Einfach nur, dass wir da safe sind. Stimmt. Was? Raisen, bitte. Und gehen. Mal wieder ein Fahrstuhl. Hallo? Ah, ja. Und los. Oh, Junge. Schon wieder. Ja, natürlich. Na, ich komm jetzt erstmal rüber geflogen. Vielleicht gibt's dann Spawn. Vorlieb mit dem Spawn. Auf jeden Fall wollte ich ja gestern Lego Star Wars streamen, ne? Mit dem anderen. Ja. Das war uns einfach nicht gegönnt. Ich hab vergessen, dass das Lego Star Wars nur lokal multiplayerfähig ist. Ja. Ja. War echt ärgerlich. Ähm. Also haben wir dann The Hunter gespielt. Ja. 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 Jetzt komm ich aber erstmal rüber zu dir. Jetzt land ich erstmal da. Sonst hab ich nochmal ein Schiff, worauf ich warten muss. Ja. Ist jetzt wieder ein Fahrstuhl. Ja. Ist jetzt wieder ein Fahrstuhl. Ist schon wieder ein Crash. Übertaktet hast du aber nichts bei dir, oder? Wie bitte? Übertaktet hast du aber nichts bei dir. Selbstverständlich. Die Prozesse sind übertaktet. Aber das hat auch nichts damit zu tun, weil es hat davor auch mit dem übertaktenden Prozesse funktioniert. Ich sprach jetzt mehr von Grafikkarte. Grafikkarte ist die Stimme. Ja. Jetzt komm ich nicht mal mehr in den Task Manager rein. Irgendwas läuft bei dir nicht rund, glaub ich. Ja. Es heißt es. Verstehe ich's. Bei mir läuft's doch. Warte, 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 warte. Warte. Ich bin auch noch nicht in der Area 18 gewesen, ne? Komm ich ja jetzt hin. Schon bald der Flug, ne? Was ist mir ja mal sagen. Ja. Ich muss dir jetzt den Benutzer abmelden, dass das Spiel beendet, weil's über den Task Manager nicht mehr ging. Oh, Telefon. Jetzt geht's aber los. Ja. 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 Verflucht irgendwie. Ja. Ja. Ja, ich bin rausgegangen. Ja. Ja, warte, jetzt muss ich erstmal ablehnen, weil sonst habe ich wieder kein Schiff mehr. Sonst muss ich wieder warten. Das bringe ich jetzt erstmal dahin. Ja, ja, bring du das erstmal dahin. Ich muss erst mal hier runterkommen von dem Scheiß. Ja, zu dem fliege ich gerade hin. Ich reiße hier fast jedes Mal meinen ganzen Kram runter. Meine halbe Technik. Aber nur wegen dem Scheißkabel. Ja, dann verlegt das Kabel doch nicht. Nee, ist am Kopfhörer dran. Das verheddert sich dann jedes Mal und dann wickelt sich das nochmal in den Stuhl rum und ist dann voll doof. Dann stehe ich auf und dann hängt es genau in so einer Ecke drin und dann reiße ich mir fast immer alles runter. Das ist abnormal. Das nervt. Und ich bin jetzt so dann kein Drogenlabor mehr angeflogen. Ja. Ich glaube das Spiel mag dich nicht. Einfach Müll ist einfach Dreck. Es ist einfach Dreck. Ich weiß nicht was sie seit dem letzten Patch gemacht haben. Oder ob die auf Mozilla irgendwas zurückgreifen. Ich weiß es nicht. Ich bin mal auf die Einzelspieler-Kampagne gespannt, wenn sie mal rauskommt. Ende dieses Jahres. Oder Kapitel 1. Da hat ja auch Mark Hamill mitgespielt. Ist du wieder raus? Ja, ich muss ja neu entscheiden. Wie kann ich sie abbrechen? Üh, ist das? Verlass mal die Party. Nee, ich klicke nicht einfach von der Party. Party-Launch failed. So. Nimm es ja gerade nicht an. Ich bin ja immer noch am anreisen. So, jetzt bist du raus aus der Party. Vielleicht macht ihr deswegen Stress. Weil ich auf einen anderen Server gegangen bin. Ich weiß es nicht. Ich sehe dich auf jeden Fall in-game noch. Also bei mir bist du nicht weg. Warum auch immer. Es bleibt ein Mysterium. Aber wie gesagt, das hat uns gestern echt so geärgert, dass das nicht geklappt hat mit dem Lego. Weil wir da so Bock drauf gehabt. So. Spawn vom Fahrstuhl. So und dieser Lobby-Chat, der geht mir auch auf die Nüsse. F12. Jaja. Rage. So. Noch 9 Millionen Kilometer. Bin ich einmal von der einen Seite der Galaxie zur anderen Seite der Galaxie geflogen. Das Sonnensystem. So rum. Sonnensystems. Ich bin jetzt wieder. Unterwegs Richtung Tram. Ich glaube wenn du so einen Flightstick Pro hast, ist das bestimmt geil ey. Weißt du so, hier Oculus auf, Oculus auf und dann diese Flightstick Konsole und dann gib ihm. Alles mit den Händen. Ja. Also wenn du das bei mir anschließen würdest, dann hättest du so einen Walking Simulator zum Fahrstuhl und dann ist es fertig. Oh jetzt heult er schon wieder rum wegen der Temperatur ey. Gibt's doch nicht. Die braucht drei Minuten. Suppressing. Schauen wir mal. Hatte er mir das nicht mal mit EOI erklärt? Ach komm. Geht nix. Warum? Gimbal, Laser, Gimbal, Autocannon, Gimbal. Daybreak, Bolon, Ping, Servier. Hä? Er hat mir das doch so... So wurde... Ach komm. Dann halt nicht. Es ist halt... Ich glaube es ist echt schlimmer geworden. Ja. Komm, Link ist zerböscht. Ja. Jawoll. Ich bin da. Als ich noch lande, lock dich aus, dann haben wir noch eine Party auf. Moment. Ups. Ja. Area 18. Set root. Jut, Jut. Bist gelandet? Nee, noch nicht. Ich muss gerade erstmal meine Landenzone finden. Die ist natürlich hinter dem Planeten. Nein. Nee, Quatsch. Das sind nicht. 1778 Kilometer. Vielleicht doch. Gib ihm. Es ruckelt aber bei mir heute auch stark, muss ich sagen. Das ist echt ungewöhnlich. So, 60. ab und dort in. Ich bin dann. Na, ganz braucht's. Anja, ist der würde. Ego, nicht mehr, wenn du denn schon mal heutzutage darfst du weg? Das sieht schon geil aus, wenn du einfach nur so einen Anflug machst. Guck mal, da kommst du da. Ich stelle schon wieder Pornolizar, warum auch immer. Ja, ich muss trotzdem erstmal landen. Nein, nein, bin ich nicht, ich bin, der zeigt mir nur schon wieder Pornolizarin als den Komms. Das ist komplett verkehrt. Hallo? Vielleicht ist es im Overheating wegen was? Warte mal, konnte man hier nicht den festhalten, dass er von alleine die Geschwindigkeit hält? Ja, Cruise. Wo ist jetzt hier die Landezone? Wo war denn die Grob? Die müsste ich doch eigentlich direkt sehen. Du kannst mich nicht sehen, weil ich im Raum bin. Ne, ich spreche, rede von der Landezone, vom Flugraumhafen. Der Raumhafen müsste doch hier direkt sein, sichtbar. Ja, ich spreche, rede von der Landezone. Das ist ein langer Flughafen. Das ist ein langer Flug, hey. Da ist er doch. Da ist er. Da ist er. Das ist er. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja Wo bin ich? Area 18 fliege ich gerade an Ja So Genau, Preisfrage Wie kann ich jetzt hier nochmal eine Landeanforderung schicken? Ne, weil ich habe jetzt überhaupt keine Coms Ne, normalerweise sagst du dann hier, zack, bumm, Kontext Und dann, ah ja, machst genau das da Ernsthaft? Alles voll Was ist voll? Area 18 Ja land einfach irgendwo, wo es offen ist und fertig Ist ja alles zu ey Und dann, ah ja Und dann, ah ja Und dann, ah ja Und dann, ah ja Katastrophe Katastrophe Und dann, ah ja Und dann, ah ja Und dann, ah ja Danke Wo ist denn jetzt, bitteschön Ah ja, da Ist das hier meine Bay? Hallo Oh, Raumschiff Ich bin auf der falschen Seite Hey, ich bin jetzt Fahrstuhl gefahren Und du hast das Spiel abgestürzt Das ist Wahnsinn Ah, warum ist denn das so, so Kacker? Ja, hey, Joey Da muss doch irgendwo ein Loch sein, wo du landen kannst Ja, ich habe es Aber so behindert bin ich noch nie gelandet Ja, man kann sie Durchaus verkacken Kann sie durchaus verkacken Grüß dich erstmal Willkommen zurück Na also Landung abgeschlossen Also wirst du jetzt gelandet? Ja So, dann müsstest du dich ja jetzt auslocken können Ohne Problem Ja, steige trotzdem noch aus Ja, gehe hoch in den Raum Haben und steige aus Das Request has already been granted Gehe ich damit jetzt auch ins Menü? Es ist schon ein Krampf, ey, muss ich sagen Oh, hier drin läuft performant, ey Also So, keep clear landing zone Wo ist hier unser Aufzugsschacht Oh, das geht denn da hinten Le Constellation An Aquila Arrivals Da steht es doch Tschüss Tschüss, Consti Hangar Boy Exit Point 1 Okay Hangar Bay So Hangar Boy Am Ende liegt es am Aufzug, weißt du Viel ist gerade Aufzug Man wunders Abgestürzt Es lockt dich aus Lockt dich ein Der Aufzug kommt gerade Ich wollte gerade sagen Der Aufzug kommt gerade gar nicht Doch, der Aufzug kommt Der Aufzug Wird immer oben gespawnt Guck mal So, ich fahr jetzt hoch Verpackt, ey Ich frage mich, ob aktuell Jetzt gerade in diesem Moment Irgendjemand daran Im Spiel entwickelt So viele Studios Die man auf der Welt eröffnet Müsste das Ding eigentlich 24-7 entwickelt werden So Ich bin da Observation Deck Naja, ich glaube ich hier aus Genau hier Bei diesem Männchen hier Mit dem Mützchen Exit Game Yes Ganz entspannt Und elegant Ich weiß nicht Da ist ein Mega Bug drin heute Also So Ich bin soweit Wunderbar So Dann tust du mich jetzt mal einladen Wenn es geht In white Habe ich getan Ah ja Da Wir mussten drücken You have joined this party So universe Stand So Wo willst du jetzt hin Nimm am besten Australien Nimm einfach Australien Müsstest mitjoinen, oder? Yes Habe ich Ü gedrückt Jawohl Und jetzt join das So Weil weißt du Es gibt wirklich wenig Spiele Wo ich dann im Nachhinein Dann auch sag so Es ist okay Dass es abstürzt Aber ich bin so greedy auf das Spiel Ich will es einfach spielen Bei anderen Spielen hätte ich gesagt Mal Schwarz Leck mich Leck mich Leck mich Leck mich am Arsch Spiele ich nie wieder Ne ohne Scheiß Ne ohne Scheiß Bei Steam hast du ja hier diese zwei Stunden Oder Oder Refund 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 Ich kaufs nie wieder Nie wieder So So habe ich es mit Atlas gemacht Das lädt aber lange Weißt du das weißt du wenn du überlegst das Teil kostet schon 200 Millionen 200 Millionen Dollar Und du kannst zum Fahrstuhl auf und das stürzt ab So Oh 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 Ich glaube jetzt hätten sie uns gehört Dass wir flogen Naja Weiß ich noch nicht Mein Aufzug dampfst immer noch Wo bist du? In der Kabine Aber nicht auf Porto di Sars Ja komm Naja Der muss erstmal aufstehen der Junge Voll Gas Komm Läuft Jetzt läuft es wirklich Deluxe Die Frage ist nur Wo genau du bist In welcher Kabine Sieben Acht Sieben, acht Keine Ahnung Ah ok warte Ich muss mal hier raus Also ich fahre jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben Ich auch Und dann müssten wir uns ja eigentlich in dem Gang treffen Gucken ob ich sterbe oder nicht Die Aufzugtür ist ja schon rot weißt du Elevator of death Genau Hm Ja ich fahre gleich Aufzug Boah wenn du da überall rumfahren kannst Weißt du im Auto Das wäre geil ey Richtiges Leben Das erinnert mich ein bisschen an das fünfte Element Guck mal Das sind immer noch die Nanoleaves Ja ich bin nicht gefahren Ich habe aus dem Fenster geguckt Ne wo bist du Ich komm jetzt Zweiter Stock Ja ich steh jetzt hier Du bist Du bist ein Was ist man in dem Spiel Das ist das größte MMO Was du in der Als Weltraumsemination spielen kannst Ähm Sorry ich glaube ich sind nicht auf dem gleichen Server Sorry? Ja Ich habe es gehört Sie sind nicht auf dem gleichen Server Dann wurden die gerade verarscht Aber sowas von Das gibt es noch nicht Nochmal raus Warte warte Ne bleib du drin Ich bin schon raus Wahrscheinlich habe ich gerade einen frischen Server bekommen Und du nicht Vermutlich Was ist das Ziel des Spiels Das ist einfach eine sehr sehr Große Online Weltraum Simulation Du bist noch in meiner Party Warte mal Wo du irgendwann kriegst Stand and System Kann ich gar nicht Das Spiel ist verbuggt man Ich kann nicht mal eins weitergehen Tschüss Quit game Traurig Traurig Also Das Spiel Das kostet verschiedenes Also das ist Warte mal Das fängt bei 35, 40 Euro an Ja Am besten einfach mal hier schauen Ob mal das Die Roadmap brauche ich jetzt nicht Bist du in meiner Party jetzt drin? Ne ich starte das Spiel gerade neu Das tue ich gerade So Hier hast du erstmal Den Link Zum Stöbern Also du kaufst hier In dem Spiel kaufst du Ja Am besten ein Game Package Und dann hast du ein gewisses Schiff Aber das Spiel Das wird noch so lange dauern Bis das fertig ist Das wird noch richtig dauern So jetzt bin ich im Menü Okay Eingeladen Ich hab's gesehen Bin beigetreten Das ist richtig Seit Sieben Jahren Seit sieben Jahren Ungefähr Die richtige Entwicklung Ging erst 2014 Ja Ich glaub vorher Hatten sie noch so richtig geplant Weißt du noch Waren sie noch in der Planung Ja Fünf Jahre Aber man muss es aber mal so sehen Für fünf Jahre Sind sie schon ziemlich weit gekommen Oder es ist ein Entwicklungsstudio Das bei null angefangen hat Also die Leute hatten keinen Plan Und so weiter Und so fort Zum Vergleich Red Dead Redemption Da waren sie acht Jahre am Programmieren Aber das waren alles Leute Die Schon davor Videospiele programmiert haben In dieser Engine So Ich lade noch Ich mach grad in Area 18 auf Sind sie jetzt auf Australien oder? Ja Das läuft Buderweich Buderweich Na Bei mir war es jetzt nicht so butterweich Nicht so Der Rammenspeicher war auch gleich Wichtig geladen Kommen ich dir auf jung Ich seh dich nicht Ja steck mal aus dem Kamin Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Der echte Bub Ähm Nein Guck mal runter zu mir Soll ich denn jetzt wieder runterschauen Guck doch einfach auf den Boden Dann siehst du im Acker Nee Aber ich seh dich Egal Guck mal erst mal ein paar Stück Das was Das kranke an dem Spiel ist Die machen alles hier ein 1 zu 1 Zentimeter Guck mal genau Das ist alles Maßstab 1 zu 1 hier Ne Normales Spiel machst du so Ja gut Dann machst du alles mal klein und winzig Ne Das machst du dann mit den Texturen wieder weg Damit es schon kompakt ist und schnell Alles Alles Also sowohl zeichnen als auch Hallo Brownflow Ah ja da ist er Ja Das ist schon krass Vor allem die Animationen und nebenbei hier Im Display zum Beispiel Die Effekte Ja guck mal Jetzt haben wir anderthalb Stunden Ja okay Wir haben eine Stunde gekauft Was ich geschafft habe Um zu joinen Aber weißt du was ich glaube Was das Problem war bei dir? Ne Dass ich die Exe Datei als Administrator gestartet habe Bin ich einfach hingegangen Hab das Administrator rausgemacht Und Ja Ja dann mach mal die Quest hier Dann mach mal die Quest hier Die Frage ist wie kommen wir zu Quest Ich brauche jetzt mal eine Knarre Warte mal Können wir uns hier in den Blaster Shop Oder? Hab ich eine Waffe? Ne 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 Du hast gar nichts Okay Dann wird es mal Zeit Ich müsste aber eigentlich eine haben Erstmal direkt hier rein Die dicke Bumme holen Chubby Blast Ne Kubi Blast Oh jetzt läser aber ganz schön Ah hier Komm mal direkt diese Panzer holen Ja ich hab mich noch gar nicht großartig damit befasst Aber ja ein Anzug wäre wirklich schlecht Lila Orange Aber das kann ich mir gar nicht leisten Ist auch geil ne Ich hab jetzt gerade mal Also eine Knarre habe ich jetzt nicht Muss ich halt fliegen Ich habe jetzt gerade mal Panzerung Und einen Arm Und eine Armpanzerung Ja mehr war nicht drin Amor Flare Ich habe jetzt den Helm geändert Ich habe nur noch 2000 Ah genau So Bist du aus wie ein verrückter Mongo Aber ist egal Kann ich mir gar nicht leisten Ah ja gut Du brauchst auf alle Fälle Mit Namen oder Ich muss sie eigentlich schießen Ja ich habe jetzt keine Ähm du machst hier Geld mit Handel Drogenschmuggel Äh Quests Komm wir machen mal eine Quest jetzt Ja Wo ist dieser Questgeber Das ist zu fragen Wo bist du Warte Weißt du wie der heißt Weißt du wie er aussieht Ja Okay Die hat eine Apothese Auf der Lieblingsseite Und Ja Wo bist denn du hier Ladyboy Ist der Ladyboy hier Guck mal Wo Hier ist der Ladyboy Achso da hinten Ja das ist der Ladyboy Schon im dunklen Eck Weißt du hier Schon neben dem Müll Methadonenabhängige Hero Manjay Das hier Der macht hier Der putzt dir hier die Klinke Komm wir gehen hier weg Ich habe Angst Das hat mich begrabscht Weißt du Das sind ja Schokokeks Ich laufe dir aber nach Also ein Drogenschmuggel Macht mir schon Geld Ich wollte eigentlich mal wieder Das Drogenlabor anfliegen Aber ich dürfe nicht rennen Das ist ein richtiger Server Das ist ein richtiger Online Server Wo bist du denn jetzt schon wieder Ah geil Die regnet's Pizz Hier sind schon andere Nur es werden nur die markiert Mit denen ich befreundet bin Das ist geil Das ist eine geile Projektion Für Limonadenwerbung Pizz Das Ding ist überladen Mit Werbung Ich habe sie gefunden Ah was wo Warte ich komm Bist du ins Gebäude rein Oder komplett geradeaus durch Ah hier Warte ich komm Ich will sie mir mal angucken Dann schneide ich die Treppe runter Und dann die durch Ein Hotdog Das ist das Kartellsymbol übrigens Von das Kartell Der Hotdog Also das ist hier so eine Scheinfirma von mir Hier gibt's nur Die harten Würstchen Den illegalen Würstchen 100 Happy Stars Also ich weiß nicht Wer sich das hat einfallen lassen Mit dem Level Design Aber das ist einfach geil Auch das Lightning Ist auch der Hammer Patschenko mit einer Armprothese Ah die hier Ich zeige mal deine Arm Ah Quatsch Redet sie schon ja ne Ja Ich weiß Ich weiß Ich weiß Es ist ein Stranges Ort Aber ich mag es hier Aber ich mag es hier Es ist kalt Du hörst es auch Ja Sie spricht Ich bin Tisha Pachiko Aber die nennen mich Twitch Wenn du dich fragst Hier Es sagt zwei Dinge zu mir Ein Sie sind ein Spirat Zwei Sie haben etwas Zeit in ihren Händen Glücklich Ich bin Freilanz Zeitmanager I keep people busy So if you find yourself Looking for something To occupy your time Then I know people Who are hiring Adventurous spirits I'm looking for work Hast du Hast du es auch Ich sehe es nicht Zum annehmen Ne ne Ab und an Wir sind in einer Party Tsch Tsch Wer hat nichts für dich Klar Aber Richtige Lass mich mal Ich hab mir Rüstung an Wird zwar auch nichts bringen Ich kann die Ich kann die gar nicht markieren Sag mal Nee Du musst hingehen Und das dann einfach Anwählen Dann gehen Naja Aber ich sehe keinen Ja Hab ich auch nicht Hier bringt es nichts Sag bloß nicht singen Twitch Du Prothesenmensch Warte mal Warte mal kurz Oh ja Ich bin ja froh dass du spielst Ich bin ja froh dass du spielst Das kommt mir so bekannt vor hier Die Region Ey ja ne Ja Ja es gab auch Sie haben auch schon Videos gemacht Mit der damaligen Menü Das hast du Wenn du im Hauptmenü mal Warst du Was weiß ich So Hast du den Magen Das ist der Zahnfehler Aber War halt Das war halt Wie sehr Sehr faul Nicht mit diesem Neon Ja genau Genau das meinte ich nämlich Oh nachher ist krass Oh da ist die Drache Na wo Ja da oben ist er geflogen So Ich suche gerade den Den Weg Achso Apartment Zone 2 Plaza Du wirst noch ein bisschen auf deiner FPS Schraube drehen auf jeden Fall Naja aber von der Von der Performance her ist es halt Es hängt am Server Es hängt ja am Server Es hängt ja nicht am Computer Wir haben ja testet Es gab ja hier irgendwelche Tweaks Wo sie sich abgekoppelt haben Im Server Konstante FPS Ist am Maximum Bist du dran? Äh noch nicht Ich laufe gerade die Tab runter Zum Spaceport Geh mal links Ah ne Fliegt gerade los Müssen wir auf den hier warten Na jo Da oben fliegt City Flight Was wir cool gemacht haben Ist dass die die Uhr eingezeichnet haben Wenn man mal die nächste kommt Ja das halten sie auch Ja das finde ich aber cool Das sind so die kleinen Details Weißt du Ja Dein Film macht auch Ja Ja So jetzt muss ich meine Webcam mal wieder aus Hab ihm heute nicht so Bock Kamera Ja jetzt ist die Frustration mal weg Nichts mehr vom Spiel zeigen Zupf So Zack Von heute ist zwar die Sonne ein bisschen gnädiger aber Ganz kurz telefonieren Das heißt ich bin mal kurz Nicht ansprechbar Das heißt es ist gut Das heißt es ist gut Ich bin mal kurz Ich bin mal kurz Ich bin mal kurz Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Erstmal diesen Chat ausschreien. Stimmt. Warum läuft das hier so gut, sag mal? Ja. Ja, bei mir auch. Aber wenn du Escape drückst, geht's. Echt? Escape? Nein, nee, das ist leise. Ja, da fliegen wir mit deiner Konstellation. Ja. Hörst du? Ja. Hörst du? Aron, ich hab mir die gute Dame angeguckt, die gerade in den Entwicklungsländern ist. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Escape, das nennen wir. Retrieve. Wunderschön. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal hier war. Es war so scheiße. Wo muss ich hin? Und dann musst du einfach nur auf den Boden gucken. Hangar 2. Hangar 2. Hangar 2. Hangar 2. Wo ist die Caro, ey? Wo ist die Palla? Hangar 2? Ah, ja. Wo müssen wir hin? 2. Ja, das war anscheinend echt nur das Administrator-Gedänz. Gott sei lang. Aber warum crasht ihr dann das Game weg, weißt du? Das weiß ich nicht, vielleicht weil wenn du als Administrator das Spiel startest, äh, direkt zur Priorität an diesen Task gelegt. Und, äh, hoppala. Mach Hangar 2 Schatz. Und, äh, wenn er das nicht macht, dann, äh, sucht er sich selber die Priorität aus. Es läuft! Es ist ja, es ist ja jetzt... Wir spielen ja jetzt schon seit Viertelstunde und es ist nichts passiert. Ja. Weil, wie schon gesagt, ich würde gerne mit dir... Sonntags dann... Citizen spielen. Ist ja kein Ding. Ich glaube, wir machen das hier wie... Dicke Eier steigen hinten ein. Dicke Eier. Ey, Ostern ist so vorbei. Ja. Haha. Guck dir das an. Pfff. Leider das schwarzes Bauteil. Haha. Ja. Es ist ja verkocht, ja. Ja. Irgendwo gibt's die... Ich wissen, wie dein Essen vor außen zu sehen hat. Es war lecker. Schwarz und grösslich, oder? Ja. Keks. Oh, ich bin... Ich bin nur noch zu diesem Ding, wo du... Ah. Gibt's ein Knäppchen an der Seite. Oh, ja. Ich... Ich... Den hab auch erstmal... Da, wo es lila ist, oder? Ja. Also, film... Also, äh... Lichteffekttechnisch ist es schon geil. Für Taschenlampe ist 10, ja? Jawoll. Für Torch. Fackel eigentlich heißt das. Ja... So, ich mach hier den Co-Piloten. So. Ich soll fliegen? Ja. Warte mal. Power on. Ach... So. Dann kann ich denn hier schön mein, äh... Dieses... Dieses Bild suchen. So. Power on. So. Diesen... Diesen Größenvergleich. Da gab's ein richtig cooles Bild für. So. Hey, es funktioniert. So. Engines sind aus. So. Jetzt brauche ich ihn nur... Achso. Da oben rechts haben wir einen freien. So. Oben geht's auch. Oder? Price Comparsion Menu... Ja. Oben geht's auf. Ne, ist zu bei mir. Hast du schon angefordert? Ja, ja. Warte, ich fordere nochmal an. Ich habe das gerade nicht gerafft. Ach, das ist die falsche Seite. Irgendwo gab's noch richtig cooles... Ähm... Bild. So ruhig gerade raus. Du hast doch auch ein Display. Forder mal an. Forder's mal an. Ja. Vielleicht funktioniert's bei dir. Tatsächlich, ja. Geht auf? Ja, geht auf. So. Dann müssen wir gucken, dass wir mal den Speed rausnehmen. Geht immer noch auf. Das dauert noch. Jetzt müsstest du raus können. Ja. Ich schwal es noch aus. Wie schaut es denn aus. In広 umnen. 노래 Kehle. Nein. G+, caramel. Soっ baptische, müsste ich anbiet affected. Da gab es ein echt geiles Bild von, da hast du das genau gesehen, ein Querschnitt von den Größen her im Vergleich. So lass mich raten, Hörsten ist, ah ja. Erstmal musst du weiter hoch. Kann man nicht machen, ja. Ich muss einen anderen Planeten erst ansteuern. Haben wir aber gleich. War das denn, war das, habe ich das direkt auf der Seite sehen können? Ich muss gerade mal suchen, hey. So, wir sind, ja sie, gehen wir erst zu dem hier, zu dem Satelliten. Das ist wirklich Freefly, ey, warum denn? Diese blöden Freeflies. Ja, sie haben halt, von 1. bis 8. Mai. Ja, das ist doch nicht schlimm. Da haben die Leute wenigstens mal die Chance, das Spiel zu testen, ohne gleich Kohle zu investieren. Das ist richtig, aber... Nein! Wieso nein? Weil die das Game Map breaken, weil sie das nicht können. Warte. Anvil Industries, wo ist das? Ne, Anvil Aerospace ist das. Dann einmal Exploration, da kommt dann nämlich nur die Carrack raus. Ne, Terrapin gibt's auch noch. Ja. So, ein schönes Schiff. In Production, das ist das Beste an allem. Das zu lesen. In Produktion. Technical Overview. Wir gehen gleich in Lichtgeschwindigkeit. Jo. Polo Viewer Specifications. Wir legen aber erstmal zum Satelliten. Los. Mann, ich frag mich, wo diese Vergleichskarte ist. Oh. Ruckel, ruckel. Aber nur ganz wenig. Ja. Zumindest hatte ich das nicht alleine. So, der fliegt da rum. Das wird so geil, das Ding. Wollen wir mal kurz ranfliegen. Fliegen wir mal kurz ran vorbei. Was sind das hier? Anvil Carrack. Boah, jetzt geht er aber ab, du. Anvil Carrack Builder. Oh mein. Jetzt haben wir eine Constellation, ne? Was machst du denn? Wahnsinn. Der Boost ist richtig krass. So, wir gehen in den nächsten Lichtsprung. Lichtsprung. Ah, sag schon. Ah, sag schon. Mal kurz. So, jetzt hat ich wieder das Buben. So, wenn du raus gehst, dann kannst du auch mal kurz. Ah, scheiße. Das ist flach wie eine Flunder von der Seite. Was ist das denn? Drei, zwei, eins. Boom. Jetzt. Zack und weg ist er. So. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Ich geh mal an die Kaffeemaschine. Ja. Ich suche jetzt halt dieses Bild raus. Also, da gibt's ein Bild, da hast du alle Schiffsgrößen gesehen auf einem Blatt Papier. Also, so ein Vergleich wie bei Star Wars. Ja. Oder so ein X-Wing neben... Ja, genau. Und da konntest du das nämlich mit dem Schiff jetzt und mit dem anderen Schiff vergleichen, zum Beispiel. Öffnen. Ja. Begleiter. Ja. Und das suche ich gerade. Ich will auch nicht irgendwo mich registrieren müssen. Noch. Mann, was ist das für eine Kackseite? Ja. Starfarer. No. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Hm. Mann, das ist so doof geworden mittlerweile, wenn du irgendwas suchst im Internet. Oh, hier. Registriere dich wieder dort und dort. Das ist Trophäe, ey. Ah. Ach komm, hier ist ja doch scheiße. Weißt du, suchst du nur ein Bild und hast dann irgendeine Kack hier am Laufen. Das ist doch unmöglich, ey. Gibt's doch gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ach. So. Ja. Ich suche jetzt. Ich suche jetzt. Ja, ich habe das. Ja. Ich habe es. Eine kleine Kaffee. Das ist doch auch ein Kaffee. Erstmal einen Red Bull saufen. 4,6 Millionen. Alter, was hier für Schiffe gibt es abnormal? Wie viele Schiffe gibt es, die im Moment fertig sind? Oh, nicht so viele. Aber hier, ah ja, das ist ein gutes Schild, das ist ein gutes Bild. Die stehen genau, genau übereinander. Sehen wir auf Discord jetzt. Hier. Hashtag Sexy Caro. Hier, ich habe es gepostet. Und du hast die in der oberen Reihe Originalanzeigen. Ja. Wir sind gleich auf der ersten. Ja, das zweite Schiff von oben, von links, ist die Carrack. Und unten drunter, genau unten drunter ist eine Constellation. Mit der wir jetzt fliegen. Jawohl. Oh, wir sind da. Wie du siehst, das ist genau, äh, ja, fast doppelt so groß. Ui, 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 was los? Ah. Ja, das Gewicht ist halt. Es hat Masse, ja. Ja, sehr viel Masse. Bin ich nicht gewohnt, so was zu fliegen. Die dicken Bomber eben, ne? Ja, richtiger Bomber. So, wir haben hier... Und klein und hässlich kann jeder fliegen, aber die großen halt, ne? Die waren halt ein bisschen übel. Gucken. Ich schau mal. Ah, da ist Hurston. Zack, 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 zack. Ja, da ist er. Und da ist Lawville. Sag mal, Glück, Glück im Unglück. Du weißt, du weißt ja, dass die Planeten sich um ihre eigene Achse drehen, ne? Ja. Dass das, äh, richtig berechnet wird. Du hast die Route schon gesetzt, ja, ne? Jawohl. Spoon lädt auf. Auf alle Fälle dunkel. Und vielleicht mit Sonnenaufgang. Der Sonne entgegen. Der Sonne entgegen, ja. Tatsächlich, ja. Ein bisschen Sonne haben wir. Oh, und da gibt's ja irgendwo auch die Minen. Also bei Tag diese ganzen Minen-Dinger zu finden. Ich bin hier mal, ich bin hier mal tagsüber in der Vorversion, äh, die ganze Zeit, die ganze Umgebung abgeflogen, hab die ganze Zeit alles Mögliche angegriffen. Bin die ganze Zeit irgendwo gelandet, hab mir, hab mir die, die Bergbaumine da, äh, gesucht, dann die, äh, find's hier alles. Warte mal, ich geh mal hier vor. Könnt's, ups. So. Könnt's hier alles Mögliche erkunden? Immer in die Außenhandsicht und schau mal nach links. Warte mal, ich sollte vielleicht dafür aber wieder auf den Sitz. Da konntest du dann halt, wie gesagt, ähm, die ganzen, ähm, Umgebungsgebäude besuchen. Ist voll dumm beschrieben, aber... Wie war das, ähm, Y? 400 Y gedrückt halten. Äh, ich nicht. Ich muss nur einmal antippen. Für den Piloten wahrscheinlich, weil er fliegt. Ja. Ah, nee, du musst es nur antippen. Ja, ja, du musst es nur antippen. Du musst es nicht halten. Ich war gespannt, wenn die Carrack kommt. Die kommt heute erst zum Jahresende, aber sie kommt. Geduld, Geduld. Jo. Telefonier nochmal. Telefonier nochmal. Ja, du musst es nur antippen. Also, ich bin Das ist einer Ellenadtzgrächer. Da will keiner telefonieren. Ja, weil meine Mutter hat versucht, mich zu erreichen und ja. Joey, was machst du wieder? Ich mach so ein Internet-Ding. Ich weiß, dass meine Constellation ein bisschen schneller kann. Nee, es geht nicht. Echt nicht? Das ist limitiert. Wenn ich den Booster zünde... Ach, schon überhitzt er wieder. Dann überhitzt er und dann... Geht gar nichts. Nee, dann hält er nicht mehr mehr die Geschwindigkeit vom Tempomat. ...und dann... ...dackt immer 20% ab, genau. Und dann geht er wieder hoch. Deswegen Boost machen. Den Kack-Chat ausmachen. Habe ich schon dreimal probiert, dann geht bei mir. Ja. Ich drücke auch drei, viermal auf den Knopf drauf, dann geht's. Burscht. Teaser, Airport. So. Ich weiß nämlich, dass... Kommst du mal an? Ähm, ja. Jetzt schon. Reicht das schon? Theoretisch normalerweise, ja. Weil das Witzige ist, ich... Du hast das Raumschiff bekommen, das heißt, du musst dich auch mit dem Ding auseinandersetzen. Weil ich habe ja vorher auch mit mir die Lande... Wir sind noch zu weit weg. ...den Hangar aufzumachen. Das geht halt nicht. Wir sind noch zu weit weg. Dauert noch ein bisschen. Du weißt, wo der Missionsgeber ist? Grob. Ich hoffe, der gibt auch die Quest ab. Also ich hoffe, der gibt auch die Mission. Ansonsten müssen wir ein paar Jump-Town-Fliegen machen. Dann muss ich mir aber erst nochmal das Video angucken, wo genau die Route war. Grob den Anflug weiß ich noch, aber... Ja. Ja, aber das ist schon schief. Die meisten Leute sind ja auch in Area 18. Ja, ja. Viele sind aber auch jetzt hier die ganze Zeit am Jump-Town-Fliegen, weil es ein relativ einfaches... Drogenlabor ist. So. Warte, Blink. Zaube Ende. Ich probier's nochmal. Ich will mich nicht ausrüsten. Ich will quatschen. Ah ja. Sollte es eine Landeplattform haben. Landeerlaubnis haben wir. Ähm... Ah, da geht was auf. Ja. Das könnte uns... Ja. Ja. mal näher ran. Ja, das würde dann... Das würde dann sein. Ansonsten wir landen einfach dort. Sieht gut aus. Kommt auch nichts raus. Es kommt noch nichts raus. Es kommt noch nichts raus. Es kommt auch nichts raus. Das ist leer. Das gehört uns. ganz schön steil, ey. Aber so ein Landelicht, so ein geiles Landelicht zum Einleiten, ne? Das heißt, wenn du gerade darauf zufliegst, das wär geil. Und den Abstand zeigt zur Wand. Wie so ein Parksensor, weißt du, dann kannst du.... Ja, ja. Ah, jetzt bist du genau richtig. Jetzt kannst du runter. PIEP, 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 PIEP. Ja, krass. Du hast noch locker 10 Meter. Eie, das Cruise-Control ist halt echt geil, ne? Also.... Du hast noch 10 Meter. Na, komm schon. Du hast noch nach vorne Platz? Schön landet er. Perfekt, das funktioniert wunderbar. Geht es mal mit senken? Ja, wir sinken, aber ich bin halt sehr, sehr, sehr vorsichtig. Bending complete. Engine aus. Nandie aus. Perfekt. Leider geil. Unglaublich. Ja. Ich hab's leider nicht hinbekommen, meine Face over IP zu machen, sonst würdest du nämlich jetzt sehen, wie ich rede. Hier. Ja, ich hab das schon gesehen. Das ist witzig. Vor allem, wenn du die Punkte falsch setzt, ja? Auf dein Gesicht. Ach so, ja. Hier ist die komischsten, die komischsten Gesichter. Hier, hier ist die Gate. Ja, ich verwechsel das auch jedes Mal. Mann. Ne, ja, naja, hinten war das. Da ist die Landing Bay. Lande Buch 3. Jetzt guck dir einfach mal die Textur vom Boden an, ey. Weiß perfekt. Ist einfach perfekt. Hier mit Flecken und so weiter. Das ist ja immer das, was ich sage. Deswegen, sagen wir, kaufen oder gibt's so viele Backup von diesem Spiel, weil einfach, es bringt Content und der Content ist einfach, oder? Ist einfach geil. Einfach fertig. Keine Textur, nicht mehr hier, äh, Texturen sind scheiße oder so, sondern es ist einfach fertig. Ja, vor allem, du brauchst ja ewig dafür, bis du diese Goldplatten hier gemacht hast, ja? Das hast du ja hier in Lorville auch gesehen. In diesem, ähm, naja, Waffengeschäft. Ich weiß gar nicht, wie der Sektor heißt, aber... Hier, die Textur und die ganze Struktur von dieser Wand. Schon aufgeraut, weißt du? Ja, ich weiß, was du weißt. Ja, aber da hat sich damit sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe auch, äh, ich schaue eigentlich auch einmal in der Woche, Astro Sam, der dann, äh, diese Sendungen komplett ins Deutsch übersetzt. Weil, äh, das sind eng, also wenn das die Originalhandel ist, das sind gerade dabei, Katastrophe haben noch nie gehört. Wir müssen erstmal... ...in die Stadt. Du hast gesagt, ich gehe, äh, im Mobiglas, gehe auf Comlink und dann kann ich den Globalchat verlassen. Naja, einfach auf 12. Ja, das habe ich jetzt nicht einfach gemacht. Rücken zweimal. Zweimal. Was heißt aber, wenn hier Free Flight ist, ne? Guck, wie viele Leute da stehen. Das sind aber NPCs. Ja, das ist egal, das sind auch NPCs. Ja, die alle mit einer Waffe auf, auf, auf. Was ein Bug, ey. Ey, geht jetzt mein... Eigentlich, hier gab es noch einen Patch. Geht jetzt der Chairman's Club? Wie steht keiner mehr davor? Ich glaube, ich glaube, dass es... Lass uns mal zu diesem, äh... Weg hier gehen. Auf jeden Fall weg hier. Ja, genau. Weil es leckt hier, oder? First Mass Transit, genau. Die spinnen da, die Römer. Ich bin Custom Area. So, willst du? Custom Area. So, Green Zone. Grüner Kanal, ich habe nichts zu verzeugen. You will be monitored. Spaceport Line, oder? Ich glaube, es geht nur Spaceport. Ne, es geht, äh... Es gibt zwei Bahnlinien. Einmal zu den Schlafräumen und... Metro Center hört sich doch ganz gut an. Hier, Central Business District. Ah, genau. Da wollen wir hin. Hey, da war ich doch gar nicht. Business District. Ist das mit Treib? Treib? Ach, nee. Dann ist es immer hier falsch. Ich will in die Stadt. Ja, aber wir wollen ja... Der Quest... Ja, aber der Questgeber ist in der Stadt. Echt? Ja. Also Metro Center. Business können wir noch machen. Einmal hier, 147. Andere Seite. 81. Ja, dann nehmen wir den. Fertig. Stay in line, Junge. Was ist los hier? Hier sind Pfeile. Ja. Hier steht... Hier steht drauf. Exit. Caution. Edge. Ahead. Ähm... Ich habe letztens mit dem Roadmap angeboten von Squadron 42 und von Star Citizen an sich. Und äh... Viele... Viele Technik-Features, wie zum Beispiel Cloud-Technik, also diese visuelle Darstellung von Volk, oder FPS und so weiter und so fort. Und beide Systeme müssen für beide Spiele noch entwickelt werden. Ja, das... Also es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so viel zu entwickeln, aber es ist halt noch ein bisschen besser. Ja. Und da... Squadron 42 nächstes Jahr, zweites Quadrat, in die Beta geht, gehe ich davon aus, das nehme ich mal aus dem Fenster, dass fast alle Technologien fertig sind. Außer das Server-Mashing, aber das sollte auch nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr fertig sein. Am besten wäre es halt, die würden... Die würden, ähm... Na? Erst Technologien fertig machen, dann Content und dann... Ja, ich würde mit Content ein bisschen warten. Aber sie haben ja auch gesagt, dass mit dieser Version auch sehr, sehr viele Missionen reingekommen sind. Wenn du mal aufs Kommen liegen gehst, und gehst auf... Na? Äh, Contract Manager... Siehst du auch, äh, dass es mehr, äh... Mercenaries... Ach... Ja, genau. Also... Was habe ich denn hier gemacht sonst immer? Und somit habe ich mir nämlich immer Geld verdient. Habe ich da Bounties gemacht? Irgendwo, ich habe... Hier genau, den Quatsch habe ich nämlich jedes Mal gemacht, und somit habe ich mir Geld verdient. Und so kam es dann halt auch, dass ich, ähm... Geld hatte. Ja... Und ich habe auch schon gesehen, wenn du mit dem Buchshalken bist... Ja... Aber wenn du mit einer halben Stunde, äh... In Zeit nimmst du immer noch das Besten raus, nehmst du 20, 30 km in einer halben Stunde. Ja, ja. Es geht. So. Hier sind wir. Hier sind wir. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Bin dir nicht richtig, Junge? Naja, let's go people, move it. So. Ach, das ist in der Bar. Nee, das ist so ein Lost and Found. Ähnlicher Platz, so ein Händler ist das. Ja, Metros. Metros. Victor's Bar. Da. Na... Wir sind hier noch links. Wenn ich die Stelle sehe, weiß ich, dass wir richtig sind. Guck mal, der, der backt ja auch durch die Gegend. Achso, hier siehst du das auch? Ich bin schon an dem Bein gelaufen. Achso. Okay, aber hier müssen wir nämlich genau gucken, wo's lang geht. Die Residences wollen wir nicht. So, dann wo geht's da lang? Da geht's zum... Lefton Square. Administration. Residences are available at all. Lefton Station. Ich glaube, wir gehen mal zum Square runter. Also ich gucke, wo der war. Also geradeaus. Treppe runter, ja. Wo war der? Gibt's schon mal nicht der verkehrteste Weg? Hier ist Victor's Bar. Ja, gehen wir mal da hin. Ich meine aber, der war da nicht drin, ne? Ich weiß, wie er aussieht. Nee, nee. Aber komm. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich gucke mal den Schnaps. Ich gucke mal den Schnaps. Tschüss. 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 Das ist einfach wie... äh... ASD oder was? Wo ist der gute Mann? Ich... Wir sind aber in der Zone sind wir jetzt. Ich muss jetzt mal hier raus wieder. Das ist hier irgendwo versteckt. Reclamation Disposal. Oh, warte mal. Ich glaube, hier in der Ecke war der. Das sieht gut aus. Reclamation Disposal. Nehm. Geradeaus. Ne, bin ich nicht. Hier müsste er gewesen sein. Jawoll, hier ist er. Ja. Ich musste nur die Szene nochmal, die Szenerie nochmal sehen. Hier haben wir den ganzen Schloss. Ah, guck mal. Ich bin Meisterbobber. Ja. Wirst du noch? Mhm. Ja, ja. Die Luft ist besonders schrecklich. Ja. Da. Ich bin noch immer wieder жив. Ich denke. Hallo. Willkommen zu Reclamation Disposal. Mein Name ist Clovis Darneli. Wunderschön zu treffen. Was kann ich für dich auf diesen... Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen in den Ruf steigen. Ne, ne. Er hat nichts für mich. Normalerweise kannst du dann hier... ...die Sachen abgeben. Ne, ne. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen in den Ruf steigen. Ne, ne. Er hat nichts für mich. Normalerweise kannst du dann hier... ...die Sachen abgeben. Oh, apologies. The air is especially dreadful today. There. Still alive, I think. Hello. Welcome to Reclamation and Disposal. Mein Name ist Clovis Darneli. Wonderful to meet you. And, er... ...how may I help you? That's an excellent question. Well, I am... ...loathe to dash your hopes, but the job well seems to have run dry for the moment. ...the air cup. Tja. Ja. So, schauen wir mal aufm... ...der Contract Manager. Bounty Hunter, Mercenary... Beacons... ...mystery... ...accepted. Haben wir nichts. Ach, wo war das denn? Maintenance, Repair... Service Beacons... Racing... ...Magic Trick... Wenn ich jetzt eine Mission annehme, braucht die dann bei dir auch er? Wie heißt die denn? Ich weiß ja nicht, ich dachte... ...wenn ich den auswähle, dann läuft der glaube ich schon. Hm, nee. Oder... Nee, nee, was war's? General oder Personal? Mach mal General oder? Ja, das nehme ich ja allgemein. Ah, Hero Climb. Ich habe Maintenance, Service Beacons, Bounty Hunter und Mercenary. Mach mal das, was am meisten ohne wird. Hm. Ja, das kommt auch an welche Quest du hast. Ich hab... Also, wenn du auf Mercenary gehst... ...ja... ...search and destroy it. Was hältst du davon? Person Dynamics... ST1-13? Komm, Ray. Ja, ST1-13. Okay. Das habe ich. Dann machen wir das. Dann müssen wir jetzt aber... ...los. Wir müssen los hier. Ja. Also... ...guck mal das. Komm weg hier. Ja, schade, dass... Na, getrackt wird's? Achso, ja. PDC Monitor. 50.000 Kilometer. Müssen wir halt erstmal wieder ganz zum Spaceship zurück. Aber wir müssen dann nicht nur nochmal nach Hirsten. Ist auch nicht schlecht. Metro Center... Metro Center. Ich bin schon wieder so Geräder, ich versteh's nicht. Warum hast du gestern saufen, oder? Nee, ich bin irgendwie... ...konsequent müde. Achso. So. Spaceport Line. Blau. Ja. Links. Ich weiß aber auch nicht, wer das kommt. Was haben wir jetzt gemacht? Wie haben wir jetzt das angenommen? Let's abandon. Es sind no contracts available. Hä? Nee, accepted. Ja, es steht bei mir nix. Okay. Was haben wir jetzt gemacht? General? Mercenary? Mercenary? Search and destroy. Search and destroy. Search and destroy, ja. Dann musst du sagen, anklicken und accept. Ja, ja, ja. Pass, pass, pass. Das ist ja geil. Accept. Oh, was? Offer? Was? Nee, nee. Einfach annehmen. Accept Offer, ja. Äh, untracked. Tracked. So, jetzt läuft. Track. Müsst du so einen komischen Diamanten irgendwo hier rumschwimmen sehen auf dieser Umgebung. Ja. Äh, PC-Monitor. Ja, genau. Die Mission bei dem alten Mann, der Platz, wenn es doch, dann musst du diese Schriftpartie machen. Genau. Genau. Das ist die, die Mission wäre es gewesen. Fliegen wir mit zu oder? Ach, keinen Sinn. Wir kommen da. Aber die Frage, ne? Ja, was ist das? Suchen und zerstören. Ah ja, dann nehmen wir den Weg. Ich hoffe mal, dass der Turm nicht leckt. So, in welchem sie einsteigen. Ja. Der Obere gehen mit, der Ober um es geht, der Untere nicht. Ne, oder der Untere und der Ober, ach, ich weiß gar nicht. Können wir bei dir? Wir gehen einfach mit zu. Ja. Kann ich grad sagen. Nimm die Tana mit. Die Krüger. Gutes. Ach so, die roten Linien, die du hier siehst. Das waren die Gates, wo ich gemeint habe. Wo du außerhalb von der Stadt landen kannst. Ach so, ja. Ah, Perimeterland. Also, falls du dich mal gerade in die Beine gebrochen hast. Na gut, da habe ich mir der jetzt mal in die Beine gebrochen. Oh, falsche Seite. Das ja alles mal fertig ist, ne? Funktionsfähig. Fertig. Dann wird's geil. Und nicht so ein Kack wie hier. Guck mal, das Flugzeug stellt immer noch eine Bedrohung da. Ja. Ja, das Raumschiff. Ja, ne. Das ist der Soldat hier, der die Bedrohung darstellt. So, in einer Minute ist sie da. Wo ist denn das Panel? Das hole ich die ganze Zeit. Da. Da, wo die... Das hat mein Schiff. Das ist echt witzig, wie die da stehen. Kruger Merlin. Destroyed. Scheiße. Anleitung nicht. Stored. Snapfighter, Lightmining, Mediumfighter. Anvil Hornet. Anger 9. Alles klar. Ist du schon da? Hm... 20 Sekunden sind wir da. Dein Schiff? Ja. Achso. War Area 18. Meine steht schon da. Das heißt, wird schon mal... Einsteigen. Uuuuund... 0, 1. Wunderbar. Da ist sie. Kleine Hornisse. Ah, da steht sie ja im riesen Hangar. All systems online. Online. So. Dann wollen wir doch mal. Um Start erlaubt es bitte. Danke. Take off complete. Landing. Ist sie jetzt schon komplett ready? Warum? Okay. Jetzt machen wir hier den C. Okay. Fliege manuell Richtung dem lustigen Monitor. So. Wo ist denn hier unser Target? PDC SC 31 war das? Ja. Problem ist nur, wenn ich darauf zufliegen will, ich muss erstmal raus. SC 13 gibt es, hat man oder wo es denn ist. Fliege erstmal zu HURL2. Accepted. SC 13 ist es doch. 13. Was ist? SC 1, 61. Ich habe SC 13. Ja, das Problem ist, ich kann da nicht direkt drauf zufliegen. Das geht nicht. Ich muss, äh... Wenn ich doch wüsste, wo du bist. Naja, ich bin gerade abgehoben. Ja, ich auch. Ich bin hier gerade nicht. Warte mal kurz, hier mal stehen hier. Ich habe Glück. Exit erst mal etwas viel. Ja. Vielleicht müssen wir erstmal hier rausfliegen. Ja, ich flieg mal raus aus der Atmosphäre nach HURL2. Und normalerweise müsste man dann den ansteuern können. Jetzt kommt er. Wenn ich wüsste, wo deine Hornet ist. Und du allgemein bist. Bumm. Wo da oben? Bumm. Ich bin da. Warum musst du nur eigentlich den Umweg fliegen? Verstehe ich nicht. Ich konnte direkt darauf zufliegen. Es geht nicht extra da oben. Du kannst doch nicht rausfliegen. Nee, ich muss erstmal hoch. Ja, ja. Weil, äh... Ich würde nur durch den Planeten durchfliegen. Klar, es ist die Atmosphäre und alles gut. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Weil ich seh dich nie ganz. Ich bin auch außerhalb der Atmosphäre schon. Ja, und das Bodenlinge geht nicht weg. Weiß. Was ist jetzt los? Was ist das? 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 Ich kann nicht schießen. Warum? Ja, bist du schon dort, oder was? Ja, ja. Ja, warte, warte mal. Ich kann aber gar nicht schießen. Ich werde beschossen, ey. Waffen machst du mit P, ja. Mit P? Ja. Er schießt trotzdem nicht. Die schießen nicht. Jawoll. Steig aus, Junge. Steig einfach aus aus dem Flugzeug. Idiot, ey. Mach mal den Weltraumspaziergang. Du bist noch 290.000 Kilometer weit weg. Ja, ich muss ja zum Hörer fliegen. Warum pfeift das Ding? So, jetzt geht man's nicht mehr. Meine Güle. Jetzt aber. Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht feuern, sag mal. Das Ganze nur Weapons on and offline. Hast du das Fahrgestell eingefahren? Ja. Was ist hier los? Warte. Oh, jetzt aktiviert doch die Skruen. Meine Güle. Ah, ich werde beschossen. Ah ja. Bist du beim PTC-Monitor? Kämpf gerade gegen irgendeinen Trottel. Bist du... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Monitor ist 50.000 Kilometer entfernt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, komm. Warum schießt du auf mich, du blöder Penner, Mann? Warum kann ich nicht zu dir springen? Warum geht es nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dieser Server... Ich glaube, dieser Server hier verpackt ist. Kann das sein? Ich kann nicht schießen. Wo bist du denn? Ich komme mal zu dir. Ich komme mal zu dir gesprungen. So, da bist du, Joey. Ob es jetzt zu mir oder ich zu dir? Nein. Such das Teil. Such einfach die Mission. Ich weiß, dass du die Mission bist. Wer sollte hier sein? Ist er das? Oder ist die abgelaufen? Das kann auch sein. Die war ja schon ein bisschen zeitlich befristet. Komm, Array, ST161. Was haben wir denn hier? So, ich spring jetzt dahin zu dem Monitor. Ich habe sie ja jetzt endlich auf der Karte gefunden. Wie aktiviere ich meine Raketen? Tja, das ist genau der Punkt. Ich hänge nämlich genau davor. Und ich kann nicht schießen. So, ich habe den Monitor vor mir. Ich kann nicht drauf schießen. Also ich bin jetzt in der Nähe von diesem Monitor auf alle Fälle. Also kommst du jetzt zu mir. Ich kann halt nicht schießen. Warum kann ich nicht feuern, sag mal? Das stimmt aber eigentlich nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo du bist. Du bist von mir 100.000 Kilometer entfernt. Es gibt drei Stück von dem Punkt aus. Okay, Bindings. Fire Weapon Group 1, Fire Weapon Group 2, Lock and Launch. Wir sollen... Klick. Ja. Also das heißt, ich muss irgendwo... Key Bindings. Fire Weapon Group 1. Geh mal destroyed. 0 von 3. Steht hier. Weapons on, weapons off. Mining Mode, Landing Mode. Speed Break, Cruise Control, Afterburner. Mann, Mann, Mann. Wie ist das denn? Launch Missiles, Klick. Speed Limiter, Up, Down. Du bist beim richtigen Planeten? Naja, SC1 und SC13. Aber ich muss schießen, treu können, muss ich trotzdem. Schießen können, muss ich ja trotzdem. Ich komm zu dir. Warte, ich weiß ja, wo du bist. Nein, nein, du bist doch da richtig, wo du bist. Ja, aber ich kann keinen einzigen... Ja, dann warte, ich spring jetzt zu dir. Ich kann nicht feuern. Warum auch immer. Ich check's nicht. Jetzt bin ich wieder irgendwo hingesprungen, wo ich nicht wollte. Ja, kommst. Oh, da bist du. Warning. Also, du warst auf Höhen, ja, vorhin, ja, vorhin, da, den lieben, deswegen. Ach, nun, 40.000 bist du noch weg. Aber ich muss da draufschießen können. Weapon ist offline. Ja, wenn du P-drückst, sag dir doch, weapon ist online, oder? Ja, und offline. Ja, du musst ja online schalten. Das macht er nicht, oder was? Wir sind online, aber ich kann nicht feuern. Der Switch hat die ganze Zeit dann zwischen Fixt und Gimbal um. Ich versteh's nicht. Controls, Keybindings. Und Flight Advanced. Ja, da bist du. Du bist jetzt rechts von mir. So, und wo sind die Gegner? Das bist du. So. Witzig. Ich kann einfach nicht draufschießen. Und warum? Was ist denn? Launch. Ähm. Stimmt, wir sind hinten an vorne nicht. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt hab ich irgendwas markiert. Stimmt, da hinten an vorne war's nicht. Du musst wahrscheinlich die Ziele erst markieren. Also ich kann... Lass es bei dir geht. Ich weiß es nicht. Increase Weapon Power. Increase Weapon. Cycle für Target. Cycle enemy Target. Mein Problem ist nur... ...dass ich gerade nicht mehr mit der... ...Maus schauen kann. Also mich bewegen kann. Ja, da drück mal Y. Einmal. Nee, dann dreht er sich die ganze Zeit rum. Aber wenn ich so mich bewege, dreht er immer noch in den Kopf. Ja, dann hast du irgendwas aktiviert. Shields offline, Weapons online, Weapons offline. Weapons online, Shields online, Shields charging, Shields full, Shields full. Ah. Shift. Oh, wie frech, ey. Ist die Charleds auch noch zurück oder? Ist die Charleds auch mal zurück oder? Shields online, Shields charging, Shields full, Shields full, Engine's full, Engine's online, Engine's online, Engine's full. Hä? Das ist doch... Also, wenn ich dich sehe... Ja? Wenn ich dich sehe, kann ich dich markieren. Jetzt macht er gar nichts mehr. Ja, das ist 1, 2, 1, 2 oder 3 zum Markieren. Ja, ne, aktiviert ihn zu tun, wenn ich auf dich schaue. Und das will ja eigentlich nicht mehr. Ja. 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 Ja, jetzt habe ich dich markiert. Ja, aber... Das ist ja nicht das, was wir wollen. Jetzt habe ich dich markiert, das will ich aber nicht. Ja, aber so kann ich dich direkt anvisieren und direkt eine reinballern. Weißt du? Was war das? Das war eine Rakete. Ja, jetzt macht er kaum Musik an. Oh shit. Ja, jetzt schießt er auch nicht. So, und wie mache ich den Marken von dem wieder weg? Ja je. Wann kannst du mit einem Laser auf mir schießen und ich nicht? Weiß ich, Alter. Vielleicht hast du gar keinen Laser auf mir. Guck mal her. Boah, ich will keinen Spoon aktivieren. Meine Güte. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, halt mal. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht meine Bewahrung geworden hast. Warum? Ja, wenn du wegfliegst, kann ich das drüber. Hör mal Cruise Control an. Jetzt hast du dein Fahrwerk ausgefahren, du hast ja gar nichts an der Hornet dran. Was, mein Fahrwerk ausgefahren? Ja, du hast gerade das Fahrwerk ausgefahren mit N. Ich habe P gedrückt. Ja, dann schau mich mal an und drück nochmal P. Das ist N. Ja, jetzt hat das Fahrwerk ausgefahren. Mit P machst du eine Klappe auf, schau mich mal. Oh, jetzt hast du nämlich... Zieh mal ein bisschen höher. Ja, jetzt packst du hier irgendeinen Scheiße aus. So, und pass mal auf, jetzt drück ich mal P. Das sind meine Raketen-Pots. Was sind denn meine Knarren aller? Was sagt sie denn eigentlich? Ich rappen es online. Ja. Das ist ein Kackschiff, ey. Aber ich glaube, die Mission können wir eh vergessen. Was? Was? Vor allem, warum bist du mein Gegner? Ja. Ja. Ja, meine Schilder sind halt unten. Ich habe mich stark beschädigt. Ich auch. Und wenn ich gucke, du bist auch mein Gegner, ja. Wo ist denn das nächste? Warte mal kurz. So schlecht war ich noch nie, ey. Also ich will das Target von dir runternehmen, aber es geht einfach nicht. T ist Licht. Flight ready. F Interaktionsmenü. Alt. Pennt Targets. Ah, mit Altotmar. Bist du. Ich weiß nicht, was ich vorbeite. Schießen kann ich ohne Probleme, aber... Mach. Puh, das Kind kann ich auch in den Arsch jagen. Oh, jetzt markiert er nicht. Ah ja, warum nicht? Mach. 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 Ich weiß nicht, was ich mag, es geht einfach nicht. Und irgendwie Sky Master Strike 0.3... Ich sehe hier irgendwie an... An dem Satelliten irgendwelche Turrets, aber ich kann nicht drauf schicken oder sonst was machen. Ich auch nicht. Jetzt verwendet ich vielleicht. Ich glaube, dieser Server ist buggy einfach. Das stimmt doch aus hinten und vorne nicht. Das hier eigentlich müsste ich hier anwesigen können. Das gibt's doch nicht. Warum ist das denn so schwierig? Flight. Flight and Foot. Flight. Force Respawn. Backspace. Das stimmt doch nicht. Irgendwas stimmt mit dem Server. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, weil die ganze Armada da rumsteht, weißt du? Und die ganze Zeit auf irgendeinen NPC ziehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das kann sich runternehmen. Ich auch nicht. Justo. Self, Destruction, Toggle... Power on, Power off, engine on, off, Toggle lights, Ridersitz. 5 Cycle-Targets-Friendly, okay Moment. Ja, warum bist du mein, du dürftest gar nicht in meiner Fassung sein. Wir sind doch befreundet. Ich glaube, das ist Buggy ey, das Ding. Oh, bumm, ich bin gestorben. Ne, du lebst noch. Ne, ich muss tot sein. Ne, da bist du doch. Naja, aber du bist nicht mehr getockelt. Ich bin doch tot. Ja, wunderbar, dann hat sich der segelt. Ja, dann pass mal auf, dann hau ich jetzt auch mal eine Safe Destruction rein. Oder weißt du, was witzig ist? Ich glaube, wir müssen in das Gerät rein, kann das sein? In diesen Satelliten. Oh, warte mal, gab's da noch eine Mission, wo man da rein konnte? Ja. Das, ja, soll ich dir was sagen? Oh, doch. Liegt da gerade mal dran vorbei. Guck mal, ob du reinfliegen kannst, ob du eine Landebahn machen kannst mit Landepads. Oh, nee ey. Boah. Boah. Ich meine, so eine ähnliche Mission mal gehabt zu haben. Naja, ich muss eh mal telefonieren und... Oder es gibt hier keine Landepads und du musst hier einfach so rein. Mal kurz AFK, mein Spiel hängt. Ja. Am Andreas? Ja. Ja. Oh, ca- Vielen Dank. 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 ... 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 Halb fünf. Geht auf Twitter? Ja. Was geht auf Twitter? Ah, ich hab's gleich. Ja, drei Minuten zwanzig. So traurig es sich anhört, aber. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's nicht so lange auf dem Schiff warten müssen. Ich brauche eine zweite Prospektor. Glaub ich. Vor allem, ich hab dir das eine Bild geschickt, ne? Ja. Ja. Und, ähm, da ist es. Ah, nee, der ist ja nicht mit drauf. Schade. Da war dieses Mega-Frachtschiff, was man fliegen konnte. Ah, Vertrauen. Oh, Mann. Hallo. Was ist mit Discord jetzt? Da. Sokratitaner. Ist da nicht drauf. Alteres Bild wahrscheinlich. Das kann sein. Ich hab mal ein richtiges Bild gehabt. Da waren richtig die Meta-Angaben und so weiter hast du dann gesehen. So musst du halt ungefähr die Form wissen von dem Schiff, weißt du? Ja. Bin da. Prospektor. Kriegen wir's jetzt hin? So, ich bin Arcor. Ich brauche noch 45 Sekunden. Komm. Sobald das feileklemmkartig ist. So, ich warte jetzt einfach mal hier draußen in der Atmosphäre. Also, 40 Sekunden, dann kannst du die Expedited Fee. Was? Ah, Retrieve. Wollte schon sagen, muss ich jetzt nochmal anfordern. Please wait. Eine Maus klemmt. Geil. Das gibt's doch nicht. Anger 6. Gut. Hangar 6. Schnell zu Hangar 6. Gut. So, wir gehen dann nach Valhaar. Kennst du die Gruppe Nightcore? Nightcore hast du, was sie kriegt. So. Was soll ich mir darunter vorstellen? Du nimmst ein Mames-Bublet und machst den UC-Geditor Speed 4 und dann speicherst du das auf und dann hast du ein Lightcore. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Jawohl. Ja, ist so. Was ist denn das denn für ein Lupsi? Was ist das für ein Deckel? Sag mal. Ja, steigst du mal auf? Da nicht. Prospektor, komm mal anders da rein. Meine ich. Prospektor ist halt hier. Mit der Ship. Wollte dann von der Leiter erschlagen werden, natürlich. Das ist mir auch schon passiert. Ich bin dann in so vielen Leitertoten gestorben. Toilets. Und die Prospektor hat da Atmosphäre, ne? Muss sie ja haben, wenn es hier eine Toilette gibt. Gib dir einen guten Ratschlag. Lass einfach Helm an. Ja, ja. Jedes Raumschiff soll Atmosphäre haben. Nicht jedes. Ne, doch. Jedes Raumschiff wird Atmosphäre haben. Oder? Oh, keine Ahnung. Wird es ja schon reichen, wenn... On my menu. Komms. Schauen wir mal, das war jetzt ein Ready for Take-off, oder? War das F4 gedrückt halt, ne? Ah, nee. F4 gedrückt hat. Du jibst einfach nur F4. Dann ziehst du sie von außen. Ich bin ja schon wieder im torment haben. Und dann ist das F4, oder? Nein. Ich bin ja schon wieder. Or even. Ich bin ja schon wieder mit ihm. Ich bin ja schon wieder ins Massalam. Am Hörn, am Hörn, ne? Near Restricted Area Okay, nach Wallah müssen wir, was hast du? Wallah Ah da Z-Route Es ist was in der Atmosphäre raus, aber ich kann dich gar nicht anpeilen Ne, Peilheim Na? Peilheim Naja, ich muss jetzt mal hier raus Ja, ich muss jetzt mal hier raus Warum melden wir das dann in Nightcore, bitteschön? Keine Ahnung Ich muss mal mein Audio ein bisschen runterdrehen Geh mal kurz fürs Klo Jo Audio Vibration Strength Ja, was? I Ich muss jetzt mal하는 , ich muss jetzt mal schauen そして es verschüenza ich bin glaube ich aus atmosphäre jetzt endlich mal draußen ich habe ewig dieses city city flight gesucht aber wirklich ewig und wala hat natürlich wäre mein airwärts ein handy aktualisiert wird sagen wir gehen auf die dunkle side oder auf eine helle side das tut nichts zur sache das tut nichts zur sache warte mal steuern in mining area 61 ich komme zu dir gesprungen aber ich habe ewig diesen diese kapsel dieses ding gesucht wenn du weißt wie das ding aussieht hier bist du ich habe schon wieder near restricted area dieser scheiß master alarm ja trotzdem das ist doch richtig nervig okay scheiß back den scheiß hatten die vorher nicht gehabt so dann gehen wir hier einfach mal runter würde ich mal sagen oh oh ah scheiße das sind ja schon richtig mach bloß langsam beim runterfliegen das war jetzt knapp das wusste ich gar nicht ich bin noch nie auf dem mond gelandet erst mal hier abbremsen mach bloß langsam wenn du hier runter fliegst vorhin bist du auf die mining area 61 gekommen ich sehe gar keine ebnen ne ne ähm ich habe jetzt mining area 61 angesteuert und bremste da 60 kilometer oder 60 kilometer davor gehe da aus dem aus lichtgeschwindigkeit raus hä was machst du für Sachen und jetzt bin ich gerade hingegangen habe abgebremst weil ich keine lust mehr habe 60 kilometer zu fliegen bin da runter gegangen aber ich bin jetzt von der oberfläche 2 kilometer entfernt willst du landen oder was ja bist du unten in den stein ah ok ja ich komm also ich hab gedacht wir ähm wir tun nicht äh astroiden mining betreiben wir gehen mal auf den planet ja da war ich noch nicht das habe ich auch noch nicht gemacht das ist eine gute idee mal schön langsam machen oh mein gott meine triebwerke überhitzen gesundheit danke so wo bist denn du du bist gerade an mir vorbeigeflogen oder ne ich bin noch hinter dir ne dann ist das irgendein anderer 269 na ich gehe hier mal runter ich mache einen jump machen wir mal was wir ein schönes finden Aaron ist es bis jetzt nicht abgestürzt warum schießt du auf mich ich kann dich verschen ey jetzt reicht es ah da machen wir dich halt kaputt Du bist da, so. Und mit Konsequenzen leben. Du bist zu diesem A-Cop-Mining willst du, ne? Ja. Nee, ich bin jetzt hier runtergegangen. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ja, ich weiß es nicht. Das ist das Cop-Mining-Ding. Was haben wir hier? Cop-Mining-Area. Welche bist du angeflogen? Welche bist du angeflogen? 61. 61. 52. OM6, ne, ist was anderes. 48. 45. Voila. 56. 61. Und da soll einer sein. Ne? Was soll da sein? Da soll ein Gegner sein. Ja, keine Ahnung, wo er ist. Er ist tot. Er ist nämlich reingeflogen. Hat er auch nicht überlebt. Okay, aber ich konnte glaube ich nicht direkt meinen angehen, oder? Hey, jetzt brauche ich wieder 20 Minuten, bis ich bei dir bin. 23. Ha, das ist jetzt stopp. 23. 22. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 27. Also, bleib auf Walla, tu ein bisschen minen, ich komm. Wie ging der Mining Mode an? Ähm. Naja. Erstmal musst du pingen, dann weißt du ja, wie geht, oder? Dann drückst du vertappt haste, dann hältst du die Maus. Irgendwohin? Nee, hältst du die Mauszeige, äh, linken Mauszeige drückt, dann lädst du es auf und dann lässt du los. Der rechte. Und dann pingt da. Dann bist du ein bisschen fliegen, bisschen ping. Ah, ich hab ne Kiste. Genau, dann... Sechs Kilometer. Dann fliegst du den, holst du das Mining-Gerät raus und dann... Du musst die Hitze halten. Ey, das ist ja viel geiler über dem Planeten, ey. Da hast du die ganze Quadranten, ey. Sonst hast du immer so einen 3D-Quatsch. Bleibt einfach mal stehen, Mann. Ja, flieg dagegen. Was ist das denn? Scannen wir mal. Scannen wir mal ein bisschen. Ne, halt, erstmal müssen wir das Ding aufheizen. So, ich muss gedrückt halten und dann mit dem Mausrad hochfahren, ne? Genau. Bis es im grünen Bereich ist, genau. Prima. Und irgendeiner muss halt wieder das ganze Spiel ruinieren. Das ist Free Flight, das ist normal. Muss halt gucken, dass was, was Gutes drin ist, ne? Ja, ja. Overcharge-Sensor. Das ist so am Ruckeln, Alter. Das ist so am Ruckeln, Alter. Okay. Landing gear down. Landing successful. Launch sequence complete. Landing successful. Und jetzt geht's. Oh, das gibt's nicht mehr. Der Stehrstein explodiert jetzt. Eine Minute, wenn ich der Gerät da... Was machst du? Scannen. Ja, aber du musst es so scannen, dass du über die Planetenoberfläche guckst und nicht auf den Planeten drauf. Genau so. Boah, was ist denn das für ein Kackdrifter da? Einfach in der Richtung fliegen und einfach scannen. Die Karre soll jetzt mal stehen bleiben. Ja, dann musst du bremsen. Drück mal die Tab-Taste. So, du hast ja... Ja, du musst halt mal Speed rausnehmen. So, jetzt bremst du ab. Genau. So, wunderbar. Rechts von dir, unter dir. Ist er drauf? Genau. Du hast dir entscheidend aus, fliegst du mal hin. Fliegst du ein bisschen näher hin, genau. Bist du so 20 Meter davon entfernt. Genau, da holst du es. Warum bremst der denn hier? Liegt das an dem Kackmodus oder was? Ja, du hast... Du musst ja den Cruise-Control wieder rausnehmen. Den habe ich nicht mal an. Doch, hast du. Ja, wenn ich den Pfeil anmache, dann fliegt er auf der Geschwindigkeit. Der bremst halt einfach nicht. So. So, perfekt. Stehst du direkt davor? Jetzt. So, und jetzt holst du das Mining-Gerät raus. Gänzt einmal, genau. Ist doch eh nur ein Rotz. Äh, hallo? Da hat er gar nichts. Ja, du musst jetzt zum nächsten blieben. Ja, ne, du musst ja erst mal scannen, was da drin ist. Ach, der. Den schröpfen wir jetzt. Jetzt funktioniert das Mining auch richtig. Boah, er hat ja jedes Mal immer die Energie ausgeschalten. Uh, zu viel. Wärme jetzt. Den knacken wir jetzt. Um. Taranid. Taranid. Kann ich das auch gleich bei Mining Corp verkaufen? Ja klar Das ist der Bruder von El-Urensohn, ja Kennst du den? Ja, keine Ahnung Echt? Aber der heißt wirklich so Taranit, ah Quarz wieder Hat glaube ich kaum Wert Ich weiß es gar nicht mehr Mein Cargo? Haarvoll, ich weiß Was ja blöd ist, kannst du dich einfach irgendwas wegschmeißen Taranit Schauen wir mal, was hier drin ist Quarz Quarz ist halt, ja, Stein Ist nicht viel dafür Joa, aber Oh, Empty Okay Aber besser wie gar nichts Muss man auch sagen Lieber ein bisschen was Gold gab viel, glaube ich Silber auch Ja Und wir zerlegen die alle jetzt Hauptsache der ist weg Ich hoffe die kriegen das mit dem Chat auch noch hin Mit der Größe Ich finde den viel zu groß Das Chatfenster Ja, so, ja Im Vergleich zum So, zum Rest Das mal wieder die Die Basis finden Zum Verkaufen Ich konnte hier gleich dort verkaufen, oder? Weißt du das? Was? An jeder Station Wo es ein Verkaufsterminal gibt Kannst du deinen Scheiß verkaufen Nein, nein, das ist das Weiße Ja, aber ich meine Ob ich das auf dem Planet Auf dem Mond verkaufen kann Keine Ahnung, weiß Total über dem Land Acrobic Mining Area 14 Kilometer Sorry, wir haben ein bisschen weggeflogen Sag mal O, M Komm, ich stieg mal zu dem hin Ist nicht ganz so weit So Was ist denn der so behindert? Habe ich irgendeinen Modus eingeschalten Der mir das Fliegen So, so, so Scheiße macht? Kann es sein? Nee Wer drifft dir da sonst wo hin? Normalerweise bremst das Schiff Doch immer aktiv in irgendeine Richtung Vor allem wenn ich bremsen drücke Na gut Ich check's nicht Und wenn da so ein durchdriften ist Kurz auf dem Klo Ja, ja Hängt das Ding jetzt in der Luft? Na sauber Hammer Hammer Der Hammer Ich glaube, ich konnte es auch gleich verkaufen Oh, Exit Ich verstehe es nicht Warum hier der Masteralarm läuft Obwohl du einfach nur Ich weiß nicht, was für einen Kack die gemacht haben Aber es ist ein Riesenkack Wieso? Was ist der Ach, dieser Masteralarm, der losgeht Hier ist überhaupt kein Schild, gar nichts Und das Ding drötet da in die Ohren voll Ja, das ist ein Bug, ne? Das ist aber der beschissenste Bug, den man eh machen kann So Was soll das in der Karriere? Komm, was haben wir hier? Nix Kann man mit Sicherheit verkaufen Ja, jetzt überhitzt er oder was Geil Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben Ey Aber ich weiß auch, ich muss heute noch was anderes spielen Irgendwann ein bisschen mehr Action Jetzt schlafe ich gleich ein Was hast du denn sonst? Was spielst du denn sonst noch so? Du hast Squad Für keine anderen Spiele mehr Ah, hier Trading Shipping Console Seller Prospector Ernsthaft? Och Mann Kaufen Kaufen Man kann sich nichts verkaufen Wahnsinn Wahnsinn What can I do for you? Good job Make a pickup Make a delivery Be good I don't know Same as any other day, I guess Go ahead and set it down Hey Drop Let's go Don't have all day Request not found Der ist schwer, was zu ablegen Screw it God damn curious Leck mich Okay, auf den Mond Meinen geht auch schon Problem ist nur immer mit den Mit den ganzen Slots Du brauchst halt Platz Wie du brauchst Platz? Naja Du hast ja nur 32 Einheiten Zum Einlagern Achso, ja Das ist nicht viel Du kannst ja leider auch nichts Einfach mal so Rausholen Und mir geht dieses Gepiepe auf den Sack Hey Hört doch den Sound einfach aus Ja, dann hab ich ja gar keinen Sound mehr Ist ja langweilig Soll das unbedingt beheben So macht mir das Spiel Wirklich keinen Spaß mehr Mit dem Brenner rumgedüdel Davon abgesehen ist das Flugverhalten Mit der Prospecta Ja eine Katastrophe geworden So, das ist die Map Das steht ja verpackt Die Map geht nicht Sauber Komm hier So, das war's Das war's Citizen für heute Ich hab echt keinen Bock mehr drauf Das ist schon das vierte Mal So kannst du nicht Dieses Spiel spielen So kannst du es Wirklich nicht spielen Unmöglich Ergützt euch an meinem schwarzen Bildschirm Liebe Leute Abgestürzt Ne, ich hab's jetzt beendet Das ist Also Ich weiß nicht, was die gemacht haben Es nimmt mir echt die Freude Es nimmt mir wirklich die Freude Mit diesem Soundbug Den du die ganze Zeit auf der Ohren hast Dann, dass deine Karte Nicht richtig funktioniert Ich weiß nicht, was die da reingepatcht haben Aber genau das Was die da reingemacht haben Sorgt dafür, dass dieses Spiel Derzeit wieder nicht spielbar ist Bis zum nächsten Patch Vielleicht kommt ja die nächste Woche Mal ein Hotpicks oder so Das wär toll Das wär toll Also wochenweise mal rein stöbern Ist ja Zähl mal Ich mach mal hier Just chatting Blup Ist ja nicht verkehrt Aber jetzt sieht man Mein Gesicht gar nicht Ist egal Ja Was hab ich denn alles Alle im Atlas spielen Ist auch nicht mehr meins Ne Überhaupt nicht Naja Geh mal ein bisschen auf die Jagd Was soll man machen Model Combat ist da auch nicht Ne Schade Richtig schön Richtig mal So richtig so Mit den Sag schon Mikrotransaktionen Model Combat Ja Genau Naja es geht Ne ne Nicht es geht Es geht gar nicht Das sind alles so Sachen Wo ich dann auch sag Ne du Brau ich nicht Oh shit Ich muss den Titel ändern Titel ändern Wer mitmachen will Kommt DTS Ha Werbung The last chance To legacy antlers On white tail And black tail Rotwild und Dammwild Verstehe Wir sehen uns Neh. Jawohl. Amen. 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 Das ist irgendwie der Hammer, ne? Also vom Set in Settings her sieht das echt... So, buff. Eigenschaften. Das war's. Weißt du, wie das mit Lurkern funktioniert? Wie Leute drinnen, aber die leveln, aber irgendwie ganz komisch. Das war's. Ah, du hast es hier in einem Stück. Willkommen zum Untamed Wild. Name ist Colton Locke, aber jeder kenne mich, Doc. Ich bin der Warden hier, und ich weiß nur alle knacken und knacken von diesem Ort. Ich habe gehört, das ist dein erstes Mal in den Pacific Northwestern und Lake District. Well, das hier ist die beste Hütterreserve, die du in 100 Meilen findest. Ich habe hier hier mein ganzes Leben hattet, und ich bin immer noch nicht in diesem Ort. Eingabe annehmen? Ja. Hier zum Beispiel Aufgaben. Nicht nur das große Spiel. Ja, Joey. Dann bin ich raus. Jo. Alles klar. Schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Ich hoffe es. Finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Dass das dann so läuft. Ja, klar. Selbstverständlich. Alleine schon diese Absturzgeschichten, die du am Anfang hattest. Ist ein bisschen traurig. Es war mal besser, meiner Meinung nach. Aber gut. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es nächste Woche ein Hotfix. Normalerweise sind sie da sehr schnell. Ja. Was das anbelangt. Okay. Jo. Jo. Ciao. Ciao. Das war soeben der Abstand der schlechteste. Versuch ein Tier zu jagen. Den ich je gemacht habe. Es war einfach stumpf drauf geballert. Aber hier müsste jetzt Blut sein. Sehr alt. Mist. Ja. Pios. Oh ja. Irgendwo wird das Tote 4 oben liegen. Okay. Okay. Ja, ja. Schon wieder passiert. Danke. Okay. 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 In der Nähe. Okay. Das ist immer so eine Aussage, ne? In der Nähe. Sehr frisch. Da hinten ist er. Ah, okay. Ich hätte vorher erst das Tutorial spielen sollen. Das hätte mehr Sinn gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Rechts unten. Achso. Da liegt's. Da liegt's. Verblutet. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Das ist nicht so gut gewesen. Warum gibt's nicht so viel Boni, Alter? Legende Y. Z. Hm. Komm, wir jagen noch ein bisschen was. Vielen Dank. Vielen Dank. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. It's bleeding, so that's a lot more. 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 Okay. 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 Schau mal, ich sehe. Just remember to take a breather before shooting anything. Hmm. Ah ja. 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 Jetzt haben wir es doch. Doch nicht.